Ja, okay, ich muss ja vielleicht ein bisschen differenzieren. Wenn du jetzt gerade in die Kälte gehst, ist das natürlich eine Belastung für deinen Körper, wo er mit entsprechenden Effekten darauf reagiert. Beispielsweise will er, wenn er zu wenig Durchblutung zur Verfügung hat, die Durchblutung aus den Extremitäten zurückziehen, um das Körperinnere mehr zu durchbluten. Auch in der Nase, es ist halt nicht so super, die kann kalt werden und so weiter. Aber das ist meiner Meinung nach, korrigiert mich, ein sehr temporärer Effekt. Das ist das Gleiche, wie wenn Leute sagen, ja, vom Krafttraining hast du ein erhöhtes Risiko, dich zu verletzen. Nun, das stimmt. Das stimmt. Wenn ich Krafttraining mache, habe ich ein Risiko, mich dabei zu verletzen. Aber langfristig fördert das Krafttraining die Gesundheit von Gelenken und Muskeln und meinem ganzen Bewegungsapparat und verringert mein Verletzungsrisiko. Leute, die regelmässig Krafttraining betreiben, haben insbesondere im Alter ein geringeres Risiko, an bestimmten Verletzungen zu leiden und bestimmten Erkrankungen des Bewegungsapparates zu leiden. Und so bin ich auch überzeugt, ich kann mir gerne mal eine Studie raussuchen, dass Leute, die sich häufiger der Kälte aussetzen, nachher durch einen Anpassungseffekt ein stärkeres Immunsystem haben und weniger oft krank werden. Und dass man also deshalb problemlos, meiner Meinung nach, in die Kälte gehen kann, außer man ist bereits im Voraus geschwächt. Dann logischerweise nicht. Wie wenn ich einen kaputten Fuss habe, dann gehe ich auch nicht joggen oder Krafttraining machen, sondern warte, bis er geheilt ist. Und wenn ich halt eh schon körperlich mega geschwächt bin, dann sollte ich mich vielleicht nicht Null-Grad-Wetter aussetzen. Wenn ich aber, wie ich beispielsweise, schon ziemlich gesund ist, dann kann man problemlos auch in der Kälte und barfuß einfach rausgehen. Und klar, das ist eine Belastung für den Körper, da muss er mit zurechtkommen. Aber sofern der Körper stark genug ist, wird er das problemlos wegstecken und wird eben umgekehrt sogar stärker werden. Das Immunsystem wird stärker werden und wir können uns da anpassen. Das ist immer wieder die Frage. Es gab mal eine schöne Studie, genau über Krafttraining, wo gesagt wurde, dass eine bestimmte Ausführung ein massiv erhöhtes Verletzungsrisiko hat, einfach weil es erhöhte die Belastung eines bestimmten Muskels. Und ich so, ja, aber das ist ja genau das Ziel von Krafttraining, diesen Muskel zu belasten, damit er eben nachher stärker wird. Und genau die gleichen Effekte, ja. Wenn ich zwei Stunden Mathematik übe, habe ich nachher auch eine geringere Konzentrationsfähigkeit, zumindest temporär. Aber wenn ich das immer wieder übe, werde ich dadurch meine Konzentrationsfähigkeit ganz gewiss stärken, insgesamt über eine längere Zeit. Und deshalb werde ich mir auch niemals Angst machen lassen vor der Kälte, sondern im Gegenteil, ich hätte Angst vor zu grosser Bequemlichkeit, die mich schwach lehrt.